ja hallo ihr lieben erstmal schönen freshen zweiten advent ist bei euch auch so ein depressionswetter des grauens und schneegriesel gut hamburg ungefähr 99 prozent des jahres sonnenwetter genau wir heute mal wieder zwei mails und genau heute letzter tag wo man noch adventskalender rein kann die liebe adventskalender selbstliebe geschichten genau aber legen einfach mal los also erste frage hallo christian mein noch lebenspartner zieht die nächsten tage aus wir haben eine toxische beziehung geführt in der ich mich über mich selber erschrocken habe warum ich habe ihn gespiegelt unbewusst bewusst ich weiß es nicht ich habe vorhanden zwar einen tag gelegt die mich an mir selber zweifeln lassen ob ich nicht der toxische part in der beziehung gewesen bin ja das hat ja schon in diversen videos reflektiert denke ich also natürlich wenn einen so ein partner andauernd triggert was in diesen toxischen beziehungen passiert die sache die holen immer schlechtes aus einem raus aber aus beiden partnern muss man auch fairerweise sagen weil die einfach dazu da sind ja es sind entwicklungsaufgaben das ist kein ja das ist keine spaßbeziehung ist dann entwicklungsbeziehung manche sagen auch kamische beziehungen aber egal egal wie man das sieht letztlich ist es einfach eine aufgabe die zu lösen ist und ja man deswegen gehört auch dazu dass man sich anträgert wir wollen ja mal irgendwann richtung 5d kommen und uns die ganze scheiße mal rausarbeiten so langsam ja und da kannst du halt ich meine klar es ist so man wird geträgert in toxischen beziehungen und man verliert total schnell die fassung trotzdem bleibe ich dabei wenn man die fassung verliert ist total verständlich ist es menschlich trotzdem muss man sich auch seine eigenen themen angucken das heißt es aber nicht also ja mein wegen warst du dann vielleicht auch momentweise toxisch nur 1 kann ich zu sagen es ändert nichts an der dynamik weil man kann in diesen beziehungen man kann nicht drin bleiben und seinen seelenfrieden finden das geht einfach nicht da muss man sich entscheiden entweder drama koks drogen leben irgendwie so oder seelenfrieden finden muss jeder für sich wissen ich habe da kann euch das auch nicht sagen muss jeder selber wissen also insofern ja vielleicht warst du da momentweise toxisch aber das ändert ja nichts an der grundsätzlichen dynamik also was heißt toxisch toxisch ist ja nicht wenn man einmal einen schlechten moment hat oder so aber ja ich würde auch sagen weil sicherlich ist in vielen beziehungen gibt schon so grund themen ich sag mal es gibt so ein klima und es gibt das wetter und das klima ist vielleicht schon dass du im pluspol bis minuspol und dann gibt es natürlich das wetter was natürlich mal ganz anders sein kann dass sie auch mal die rollen kurzzeitig wechselt und so aber es ändert nichts an der grundsätzlichen dynamik so ne ich bin unsicher und traurig weil ich mich komplett von mir meinen werten verabschiedet habe ja was soll man dazu sagen toxische beziehungen dagegen ist ein rolex uhrwerk ist dagegen ausbund an unsicherheit kann ich nur sagen also toxische beziehungen laufen also ich brauche nur weil sie nicht drei sätze von jemand hören weiß ich eigentlich was sache ist wie es weitergeht ich weiß nicht ob das eine große kunst ist aber es ist es ist einfach mal das gleiche wenn man es einmal verstanden hat da ist man noch nicht raus wenn man es verstanden muss man ganz ehrlich sagen weil das sind eben keine gedankenmuster das sind emotionale man wegen wenn man so will trauma muster oder oder schmerzkörper muster und die da muss man schon ein bisschen blutschweiß und drehen investieren die kriegt man nicht einfach so raus muss man ganz klar sagen ich fühle mich völlig ausgeleert durch sein immer noch weiteren zynismus nachtreten gleich nachtreten so verunsichert ich bin in den 40ern die beziehung dauerte zwei jahre wie schaffe ich jemals wieder vertrauen zu mir aufzubauen oder auch einen neuen mann aufzubauen ist dies überhaupt noch möglich 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 ist immer alles wir sind wunderbare machtvolle schöpferwesen natürlich ist alles möglich aber ich kürze das jetzt heute mal ein bisschen ab mach die fucking kurse ich immer wieder sagen ich weiß man möchte gern einfach durch ja gratis content ich auch gerne erstelle auf youtube alle diese probleme lösen vielleicht wenn man keine ahnung jeder ist an einem punkt aber manchmal also ich weiß nicht wie viel 10.000 ich in meine eigene feier also es geht wahrscheinlich schon wenn ich jetzt im ganzen ausbildung alles dazu nehme richtung 100.000 keine ahnung was ich mich investiert habe seit euch das wert und investiert in euch kann ich nur sagen und fangen an mit modul 1 oder 0 mit liebeskummer ja genau und oder sucht ihr support vor ort aber da muss man jemanden finden der sich mit solchen dynamiken auskennt so zweite mail lieber christian leider bin ich erst jetzt auf deinen youtube kanal in die zugehörigen kurse gestoßen hätte ich sie früher gefunden wäre mir viel erspart geblieben auch wenn die vier jahre beziehung in die tonne gehören habe ich durch dich gelernt dass ich für diese erfahrung dankbar sein muss und zu solchen beziehungen immer zwei gehören aufgrund von beziehungsthemen probleme im job und überhaupt war die gesamtsituation damals nicht zufriedenstellen ich bin in eine neue stadt gezogen in der hoffnung alles hinter mir zu lassen und ja du ahnst schon das universum hat eine besondere lektion für mich naja man kann auswandern wegziehen aber die eigenen anziehungspunkte nimmt man mit ich gemein muss ich zugeben alter falter schneid muss heute nur auto fahren so da ich niemanden kannte habe ich auch mich beim online dating angemeldet online dating eigentlich nur überhaupt jemand kennenzulernen aber wie ich jetzt weiß funktioniert das nicht aufgegabelt habe ich dort an einen mann der das blaue vom himmel versprochen hat nach ein paar schönen dates bei denen ich auf abstand bei denen ich ihn auf abstand gehalten hatte weil ich ihn erst noch besser kennenlernen wollte hat er mich zu sich aufs land eingeladen in seinem haus hing überall noch fotos seiner ex und schürii kowski schütz schürii kops gelof es gegenüber danke danke fürs einladen aufs land danke dass ich die fotos seiner ex eingucken dürfte ja ich kann jetzt wieder nach hause fahren ich weiß genug Danke, Unisversum, was du mir noch so einen Partner schickst. Ja, ich meine, wie gesagt, das müssen jetzt nicht immer alles A-Löcher sein. Das ist auch in der, da werde ich auch mal Videos drüber machen, auch in der, ich meine, es gibt natürlich die Leute, denen einfach alles scheißegal ist, einfach überhaupt keine fucking Standards haben und denen einfach alles rotzegal ist. Aber viele Bindungsängste, gerade so co-abhängige Bindungsängste, da gibt es ja auch, die leiden auch an ihrer Bindungsangst und die leiden auch, dass sie bestimmte Sachen nicht fühlen oder sich erdrückt fühlen. Aber es ist auch am Ende des Tages egal. Also ich will das jetzt auch, sollte man auch nicht fördern, dieses immer versuchen, den anderen zu verstehen. Du hast deine Standards und Dealbreaker in Zukunft und fertig. Also was ich damit sagen will, ja, wahrscheinlich hängt er eher noch hinterher, aber wie gesagt, das ist, ich weise mal wieder auf mein Modul 1 hin oder auch das Modul 4, Bindungsangst. Ja, es ist halt die berühmte Phantomex, das ist, wenn die Ex erstmal weg ist, dann wird sie vergöttert, aber wehe sie ist da, dann ist natürlich alles zu viel. So ist das in der Bindungsangst, muss man auch nicht bewerten. Ich habe ja schon auf Instagram-Post gesagt, ja, es gibt schon ein Shooting aus den 80ern, dass wir in Deutschland besonders viele Bindungsängste haben. Das ist, wie es ist, ich habe die Welt nicht gemacht. So. Erst nach mehrwöchigen Bitten, er sollte auch abnehmen, hat das wiederwürdig getan. Spätestens hier hätte ich schon wegrennen sollen. Die Ex war permanent präsent, zwar ein richtiges Dreieck war es nicht, wohl, weil wohl keine sexuelle Anziehung bestand, aber er war dennoch von ihr besessen. Ja. Was soll ich dazu sagen, ist immer das Gleiche. Wenn sie erstmal weg ist, dann wird natürlich hinterher getrauert, aber wehe sie käme jetzt wieder, dann wäre es natürlich wieder zu viel. Und ach, es ist alles ein Trauerspiel. Geht doch immer alle in 5D-Beziehungen. Wir alle. Wäre doch mal lustig. Und dann schreibt ihr mir schöne Mails, wie schön das alles ist. Nein, schreibt mir weiter. Ich helfe ja gerne. So. Das 3 hatte ich dann später. Puh, wunderbar. Aber erstmal weiter im Text. Nach der anfänglichen Anhimmelei fing dann plötzlich das Kritisieren an. Ich würde ihn permanent bloßstellen. Mir wurde ein Sprachfiller angeredet. Das manchmal denke ich, kann diese Mails nicht, weil ich kann es nicht mehr. Also, ich habe jetzt auch mal ein bisschen mehr hochgeladen, weil wie gesagt, Endphase vom Buch, obwohl es auch immer nette Abwechslung war. Aber wenn ich dann wieder so eine Mail sehe, denke ich immer, ey, wir kriegen es hin. Aber es ist einfach so schlimm, ne? Es ist, warum? Warum, warum, warum? Er war unglaublich zartbeseitert. Was aber, weiß ich, aber nicht zu schade, andere zu demütigen. Ja, da ist es immer das Gleiche. Ja, das sind immer wieder Charaktere, die nichts einstecken können. Ich sage immer wieder dieses Beispiel von meinem Kumpel beim Fußball damals, beim Hallenfußball. Vor vielen, vielen Jahren, damals im letzten Jahrhundert, vorm Krieg. Ich weiß nicht, der hat immer die fiesesten Fouls gemacht, irgendwie. Richtig ekelhaft, so richtig von hinten bewusst. Nicht, weil es mal passiert, sondern, ne? Aber wehe, man hat ihm mal so ein bisschen angestoßen. Ah, 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 ah. Ja, so ungefähr. Und so ist das auch. Das ist, du hast natürlich einen Sprachfehler, aber wenn du sagst, das ist ja auch, wenn jemand sehr so im Ego-Modus ist, den dann kritisierst, die flippen ja aus, ne? Da darfst du gar nichts sagen, ne? Aber das ist auch egal, das ist, hast du mal zu sagen, das ist alles Psychologie, es ist eben, wenn man nicht bewusst ist, weiß ich mal wieder auf meinen Video von Jung, mit dem Schatten, wenn man nicht bewusst ist, lebt man seinen Schatten. Und wie lebt man dem, indem man den auf andere drauf projiziert oder diese Menschen trifft, du lebst natürlich auch deinen Schatten, ne? Deine, wie Bates jetzt sagen würde, deine, Bates würde wahrscheinlich jetzt sagen, deine dreckigen, ähm, egoistischen Anteile lebst du nicht. Und deswegen lebst du das so bei diesem Partner, das würde vielleicht, ja, ich bin jetzt kein Batesfachmann, aber ihr könnt gerne mal kommentieren, vielleicht würde der das sagen, der sagt ja immer so, ja, wenn wir unsere eigenen schweinischen Anteile nicht annehmen, dann begegnen wir uns dem Außen, aber das heißt natürlich nicht, dass man selber das Arschloch sein soll, sondern, ähm, ja, wie sagt man in der tiefen Psychologie immer, aggressive Impulse umwandeln in, ähm, wie sagt man nochmal, äh, gibt's immer so einen Satz, aggressive Impulse umwandeln in angemessene, äh, Grenzen oder irgendwie sowas, ja. So, damit bleibt's natürlich jetzt nicht, äh, in den vier Jahren unserer Beziehung, was, du warst vier Jahre mit dem zusammen? Oh, wie schrecklich. Du hast das denn ausgehalten, ey. Oh Mann, das ist echt, tut mir echt leid, wirklich. Äh, wir hatten immer getrennte Wohnungen, hat er nicht einmal bei mir übernachtet. Oh, ich glaub, ich brauch mal ein paar Tage Pause, ich kann jetzt, ist so schön, wenn wir mal, mir tut das auch so leid, ne, also, was, wie, ich frag mich immer, äh, aber die Frage muss ich mir natürlich auch schon stellen im Leben, warum tut man sich das an, warum, ne? Aber ich hab auch so viel, äh, Scheiße gebaut, äh, das, aber das, das Blöde ist, dass es wirklich auch lange dauert, das alles abzubauen, abzubauen, also, ich arbeite bis heute, muss ich Sachen abarbeiten, die ich in meiner Co-Abhängigkeit getan hab, so, ne, deswegen, je schneller ihr da rauskommt, umso besser, weil das ist, das ist auch nicht nur psychische Sachen vielleicht, das sind manchmal auch, äh, finanzielle Verstrickungen, die man dann auch hat, die man mühsam aufdröseln muss über Jahre, wenn man eigentlich schon über das Thema weg ist, also, Co-Abhängigkeit ist kein Spaß, das ist nicht nur einfach, dass man so nett ist, man häuft damit Themen auf, ähm, die sich über Jahre hinziehen, deswegen, ich kann euch nur jedem raten, macht die Arbeit, seht zu, dass ihr da rauskommt, weil dieses Aufräumen, das ist, das kann echt lange dauern, ne? So. So, er hat nicht einmal übernachtet, weil er meine Wohnung nicht mag und immer irgendwelche Aussagen, Reden gefunden hat, ja, da sind wir ja schon bald wieder bei den, äh, diese Mail, die ich mal hatte, mit den 39 Fehlern, die ich mal gefälligst aufarbeiten soll, ja, ja, aber ich muss auch sagen, ich will auch ganz ehrlich sagen, es ist auch eine Dynamik zwischen zwei Menschen, also, wenn ihr mal mit einem Menschen zusammen seid, der ganz viel Raum lässt und nichts für sich einfordert, man fängt an, wenn man nicht sehr bewusst ist, fängt man an, irgendwann diese Räume einzunehmen. Auch das ist eine Wahrheit, ne? Es ist, also, es ist auch, es ist nicht nur, Psychologie sagt man immer, Trait or State, also, es ist ein, es ist ein Zustand oder es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, ja, es sind auch Persönlichkeitsmerkmal, aber es sind auch Zustände, in die Paare, deswegen muss man immer auch systemisch denken, ne? Es kann durchaus sein, dass Menschen auch mal in anderen Beziehungen anders reagieren, weil anderer Partner gegenüber ist, ne? Auf jeden Fall. Ähm, so, und wenn du, man kann nur über sich arbeiten, du kannst sich ewig, also wir können uns auch, wie gesagt, ich kann gern bis, solange ich lebe, diese Mails machen und wir können uns gemeinsam aufregen, über diese Menschen, äh, man kann nur bei sich selber gucken, warum man die partout daten wollte, so, ne? Äh, und schnell und rausgehen natürlich, ne? Und nicht versuchen, die zu retten oder irgendwie sowas, ne? Ähm, außer, wir reden jetzt über normale Paartherapie-Situationen, wo einfach mal, äh, aber das ist ja hier nicht der Fall, so. So, äh, es gab auch nie nur einen einzigen leidenschaftlichen Kuss. Wie hast du das ausgehalten? Das ist ja furchtbar, ey. Nicht küssen, schrecklich, ey. Angeblich, weil er immer von seiner Exerzüge nötigt wurde. Ja, es gibt immer irgendeinen fucking Grund. Ihr könnt jetzt auch sagen, weil er seinen Kanarienvogel immer küssen muss, sondern er hatte Mundgeruch oder so. Es ist, es ist völlig wurscht. Diese Gründe werden auch teilweise erfunden, nicht aus bösem Willen, sondern weil, vielleicht war es das selber nicht, weil man sich nicht küssen will. Er weiß es vielleicht einfach nicht. Weil er irgendwie in der Bindungsangst ist. Das kann durchaus sein. Aber trotzdem ist es kein Grund, so gemein zu sein und irgendwelche Sprachfehler einzureden. Kriege ich das ja manchmal auch ab. Aber habe ich lange nicht mehr gehört. Früher habe ich immer, ich würde koksen, weil ich, das ist kein Sprachfehler, weil ich meine Nase immer hochziehen würde. Aber ich habe das jetzt besser im Griff. Wohl neulich hat mal wieder jemand geschrieben, ob ich koksen würde. Ja, und sonst werden auch mal alle Sachen angedichtet auf YouTube. Aber es ist viel besser geworden. Ich muss sagen, es war früher viel schlimmer. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Kanal ist sehr ruhig geworden, sehr konstruktiv. Also wir hatten ja jetzt ja auch lange Diskussionen über dieses Red Pill Video, was ich gemacht habe. Da gibt es ja unfassbar viele Kommentare. Aber ich fand es sehr konstruktiv. Also alles okay. Ich habe da, glaube ich, alles freigeschaltet. Ja. So. Macht er jetzt nichts mehr, auf das er keine Lust hat. Ja, und da sehen wir wieder dieses Schattenthema so. Das wird es heute, glaube ich, ein bisschen länger. Aber egal. Da sehen wir wieder dieses Schattenthema, weil so das wird man dir mehr wünschen, dass du mehr machst, worauf du Lust hast. Ne? Und dich nicht klein machst in dieser, in solchen Beziehungen so. Und so, das, weiß ich nicht, ich will das jetzt nicht. Das könnte zum Beispiel durchaus heißen, dass du sagst, ja, ich habe auch Lust auf Küssen, dann muss ich von jemand anders küssen. Wenn du das nicht willst, alles gut, irgendwie. Weil er ist auch so eine Art, hast du auch, glaube ich, geschrieben am Anfang, ne? Er ist tatsächlich ein, oder war es in der letzten Mail, das ist ja mal in der letzten, ein Spiegel für dich, für Sachen, die du nicht machst, so. Und dann kriegt man das so im Extrem gespiegelt, so, ne? Aber er ist natürlich auch sehr frech, das so zu sagen, und auch respektlos. Aber, wo ist es, kann ich nur sagen, ich sag's gern nochmal, holt euch den auch, ich hab die leider immer nicht hier, muss ich mal aussagen. Holt euch noch für eure Liebsten die, ähm, schicken Advents, äh, die schicken, unsere schicken Beutel, ne? Wo sind deine fucking Standards? Äh, wunderbar. Findet ihr auch, äh, in den Kurden, da auf Liebe Schipp, da ist so eine extra Spalte für Merch, so. Ähm. So, er war unglaublich zart beseitigt, war sich aber zu nichts zu schade, andere zu demütigen, ja. Ach so, hatten wir, glaube ich, schon, äh, lalala, lalala. Und dazu gehört offensichtlich auch, mich zu küssen. Ja, ich seh dich schon, den in meinem Kopf zusammenschlagen, ja. Haben wir hinter uns am nervigsten, war jedoch dieser unfassbare Hass auf seine Familie und die Menschen allgemein. Ja, ist bestimmt kein glücklicher Mensch, das ist ja ein Minuspol oft, ist nicht das Problem, nicht Trauer, Depression und so, sondern ist oft Hass und Wut, ne? Auch das, immer das Gleiche. Ähm. Also zumindest in diesem egoistischen Minuspol, so, ja. Ähm. Irgendwann merkte ich, dass ich auch diesen in Hass gezogen wurde, wollte aber so nicht sein und hab angefangen, den Mund aufzumachen, ihn zur Rede zu stellen. Naja, irgendwann kippt das dann halt und dann bist du halt auch gehasst, ne? Das ist mir nicht gut bekommen, ja, das glaub ich, das sollst du natürlich die Fresse halten. Er möchte am Sonntag, ne, eines schönen Tages, zwar ein verlängertes Wochen, dann druckst du ja nur rum, er möchte am Sonntag mit mir reden. Ich meinte, wir können jetzt reden und hab das förmlich aus ihm herausgepresst. Ja, es gibt eine andere, mit der er sich seit Monaten trifft. Tata-tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, aber ja, das schöne Dreiecki, ey, das Dreiecki, endlich ist das Dreiecki da. Ah, endlich mal wieder ein Dreieck, herrlich. Yustafall und schon geht's los. Und ihr zählt an mit. Eins, zwei, drei, drei Apfelreste. so aber es bisher nicht zum äußersten kamen deswegen kein fremdgehen ist die hat ja bestimmt heimer gespielt hallen halmer mikado irgendwie brief markensammlung gecheckt und küssen tut er ja sowieso nicht warum soll das fremdgehen sein also natürlich das haben sich über das letzte spiel von bayern münchen unterhalten das regt sich so auf also wirklich genau ja es gibt ja manche menschen haben ja auch die idee dass wenn man keinen vaginalverkehr hat das ist auch kein fremdgehen ist als vielleicht nur blowjob war ach es gibt so viel die welt ist einfach so fucking crazy so ich habe mir die entscheidung abgenommen bin gegangen oder das kann man zwar plötzlich und konsequent sehr gut da wollte er auch tatsächlich noch die annehmlichkeiten ich bitte mitnehmen ja ist immer das gleiche nebenleistung von beziehungen mitnehmen vielleicht ist wenn die menschen sind wie sie sind und solange sie so auch von der übergeordneten ebene was soll man sagen also jeder geht seinen weg er hat immer einen grundenform und wir bestimmte menschen treffen und ja da war das beste ausmacht irgendwie so und dann bei der verabschiedung kundtun dass ich mich nicht mehr blicken lassen soll echt jetzt haben sofort seine kontakte schon gelöscht was sie missfallen hat das soll es natürlich weiter zur verfügung stehen das ist ja klar aber so wie er es will natürlich man kann noch so freundschaft der wird viele er hat nicht nur ein dreieck am start denke ich mal jetzt also wenn wir jetzt seine ganzen ex freundinnen noch mitzählen aber wahrscheinlich in fünf oder sieben weg oder ich weiß es nicht so wollte natürlich freundschaft ihr seid auch es macht kein echter freund macht sowas wo ist denn seine freund wie willst du da befreundet bleiben ist ja seid nicht befreundet so freundschaft verbunden haben macht er das doch mit allen seinen exen so hallo was glaubt er denn wenn er vor sich hat als ich das ablehnte wurde es erst richtig lustig er stand unangemeldet vor meiner tür und hat mir von seiner neuen vorgeschwärmt ja deswegen kommt auch zu seiner tür aber es letztlich alles ego jetzt ist natürlich sein ego gekränkt und ja dass er noch nie so eine tolle frau kennengelernt hat ja aber warum erzählt er dir das ist doch spannend jetzt bist du natürlich vielleicht vielleicht kriegst du jetzt diesen phantom ex status und er hängt von dir bilder auf und quälst du nicht sie damit ne kann alles sein kann man einfach nur darüber lachen eigentlich man kann das eigentlich alles gar nicht ernst nehmen sie ist next level guten weg und gute reise next level go for it mich hat er nie geliebt ja das ist tatsächlich eine spannende frage wen er liebt egal die stellen wir uns mal gar nicht der einzige grund warum hier zusammen war oder überhaupt nicht mehr möchte ist weil ich nicht störe du hast es aber auch wieder hart gekriegt also mit über schlagen wir müssen was unendetig ist passiert und ich mache nie wieder ich reise viel mache sport gehen mein hobbys nach muss mir finanziell keine sorgen machen das ist doch schon gut nice geiles leben stärken ist immer eines der besten sachen was man machen kann menschen mögen mich ich bekomme sogar von wildfremden frauen klemmt die mente für meine ausstrahlung ja einfach nur beutestehen immer ändern und das heißt einfach herr und werde ständig irgendwas eingeladen das ist schon viel heutzutage also das finde ich mega also das habe ich nicht so doll in meinem leben und schön freu dich drüber ich habe einfach ein geiles leben ich plane auch wieder in die alte stadt zurück zu gehen weil ich in der neuen nie richtig angekommen bin weil sie einfach vermisse bis jetzt wegen e mail neustadt ach so mit den getrennten wohnungen okay ja diesmal aber mit planen dein uni ich breite alles beliebel vor und trommelwirbel dein universum hat mir auch schon den nächsten kandidaten geschickt mein universum okay aber sei vorsichtig dass nicht wieder so was ist wir haben uns auf einer reise kennengelernt ja immer im echten leben das ist doch gut wahnsinn und konnte ich mal ein paar wochen beäugen da 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 noch keinen kurs kann sexy telefonier mäßig zero whatsapp kontakt halten wir den kontakt mal schauen was draus wird ich hatte mit ihm den geilsten urlaub meines lebens wo gut gemacht mir gefällt wenn du sagst attraction ist neue choice und ich glaube exakt so ist es man zieht sich an obwohl man also hat mich darauf anlegt ich danke auf jeden fall für alles was du tust deine videos in gold wert und ich habe auch schon ersten kurs angefangen ich habe mich für mega standards eingesetzt und bin jetzt in der lage für mich einzustehen respekt meine liebe der rest klappt schon von alleine höre nicht auf uns den kopf zu waschen manchmal braucht man eben einen schlag auf den hinterkopf um das brett loszuwerden alles liebe anna treff kolovskola um schreiben immer nur russen nehmen in diesem sinne wir werden zwar wiedersehen